Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Part 5. Ich bin heute wieder euer Farbtopf und wir schneiden hier gleich mal in unsere Welt rein. Und zwar sind wir draußen stehen geblieben, aber ich komme wieder neu gesporen, warten wir kurz. Ihr habt euch ja da wo ihr aufgeholt habt, hier wären wir gesporen vorne im Haus. Wir haben unser Haus, das macht die ein bisschen aus wie in der Burg. Fast. Fertig. Hier habe ich Schafe gesehen. Die werden jetzt noch ein Zeun später. Weil erstmal sind die normalen Bäume selbst geplantet. Die sind schon bewachsen und die können wir jetzt erstmal mit euch keine Waffen mehr. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich glaube nur so. Hm. Einfach keine Waffen mehr ohne Sinn. Nein. Das weiß niemand. Aber wenn ihr einfach hier mit den Händen unsere Bäume selbst abbauen, dann habt ihr auch ja Holz. Woraus ich dann vorsicht natürlich auch was. Warten kann und jetzt Leute drehen wir den Scheiß herum. Was ist los? Ach, nette Probleme ey. Ich mach das überhaupt nicht. Tut mir das leid, wenn ihr gerade nicht zählt. Ich mach das einfach mal. So, ein Waffen noch mal. So, ein Waffen noch mal. Zwei Waffen. Ja, das erste. Sehr gut. Und jetzt. Doch, Mach das hier noch mal. Ja, der macht grad irgendwas er wieder will ey. Dann also ... Läuft die einfach rum. Und ich glaub, das war so viel, nur, die jetzt hattest du ... Jungen Monsters oben hier, wie ich heute war. Das ist dann immer wieder scheiße. Nur Scheiß und Gott. Diese Jugend hier. Hier macht ihn nicht, aber irgendwie kriege ich weiterhin kein Glück hier. Das ist schon in der letzten Folge ein bisschen gespackt. Ich weiß gar nicht, ob es während der Aufnahme war oder nach der Aufnahme. Ich habe auch noch eine andere Welt wie gerade gesehen und zwar meine Welt oder so heißt die. Und die ich da privat spiele, werde ich mal nicht meinen Kopf aufnehmen, aber irgendwie läuft's. Und kann du das nicht abbauen. Ihr wisst immer noch gleich wieder links und ich mach gar nichts. Ich kriege echt nur die Tastung abbauen, aber nein ist in Ordnung. Sowas regt mich gerade tierisch auf, wenn es nicht klappt. Ja hallo. Und jetzt Leute, ich nehme mir deine Hände weg. Ich nehme mir deine Hände weg und er trinkt fast. Ich nehme mir deine Hände weg und er darf nicht nur beim Kranken. Nicht bauen, Alter. so einzuspielen so weltauswählen achten die letzten auch machen können so wie ich jetzt einmal ein tick mache jetzt scheint so gehen auf sich verarschen dann willst du mich doch verarschen jetzt können wir machen nochmal hochschnapp durchs und dann nochmal strecken werden dann verworren haben wir einfach dann können kann dieses scheiß spielt mal wenn du das spiel leckt obwohl das spiel ist natürlich scheiße werden nicht wirklich gerne direkt schon wieder etwas aus der dort nein so noch mal rein tut mir leid also gar nicht von den bäumen in der beiden bäumen und da hängen ich mir herum und auf einmal hier die bäume verflucht was natürlich glaube irgendwie kein tier dazu doch alles weg was ich hatte weg von meinem haus hier war müssen wir mal aussperren hier zack dann klotzen ihren klotz sind dann klotz der scheibe rein hier sagt das hier ist da sind wir das letzte mal jetzt danach meine erste welt ist zu bringen und ich glaube höchstens 500 aufnahmen nicht mal dann leckte es lebe so mit das kostet mich gerade so an viel schönen ruhe für euch aufnehmen und dann deckt es immer kann es nicht werden leute so ja manchmal das erste fenster direkt schon wieder ich glaube irgendeine macke die grad irgendwie funktioniert das können wir machen wir müssen hier sind und dann so sache ich will das d ja weg damit wo ich auch hier so dass wir mal von unten jetzt alle anguckt so gut die schlechte mit mir das rumlägen das ist nicht gut für euch weil es auch heute auch kein spaß macht die ganze umläge oder der spieler macht was er will jetzt habe ich auch diesen paar zu nennen spieler macht was er will ich habe mich über heute und ich werde dieses heute nicht von hinten ein wo ich das war aber ich will es noch kraften oder kraft mir macht das heute wir können die ganze folge zu nichts tun weil das kann man die ganze so spielen wenn man die ganze zeit rumlägt das ist natürlich mega kotze und mega scheiße muss die ladio gar keine hier müssen reichen zack, 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 zack zack, zack, zack zack, zack, zack ein einziger ein einzigen gilt was möchte denn da haben so大的 anbieter nur schlitzenden so e drücken also es geht so gut ab und zuerst eine Axt ja ok wenn wir mal Eisen finden ach mal die Tränern unter ja ok vielleicht nehmen wir mal vielleicht übern überlege ich mir mal für den nächsten Part da hinten hin zu laufen bei den Schafen hier hätte ich auch mal was also hinter den Schafen was mache ich schon was ich begeg mal da so leute normalerweise läuft das natürlich nicht oder ich mach nichts und da läuft über Wasser ok würde ich sagen noch nichts jetzt können wir hier nicht sehen ich mach ehrlich nichts nichts mache ich und wir können auch sterben müssen ja gut aber ich noch mal bis zum Ende des Videos hier hinlaufen wo ich da hin wollte ach jetzt macht er ja nichts ist klar jetzt geht's wieder toll das muss ich auch einfach mal machen dass ich was er will und manche ist doch ja weg dann klappt das schon mit mir sind dann ist auch viel Sand so wie hier Sonnenblumen und dann können wir euch mal hier abbauen ich ich guck mich verirren wir uns nicht ich da hinten ist ein Blumbevölze Haus und und sind sie ganz alleine in der Prärie da macht der was er will ey da macht der was er will ja 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 das ist also mal ein Schwein na schön das hat ja immer eine geile Hölle ich würd sagen bis dahin ach du auf das Weh drücken ok was geht doch So. So. Äh, kommen wir jetzt noch mal da... Ach, das ist... Ich weiß gerade, das ist eine Hülle, das ist aber Baumstamm. Was anderes weiß ich, das ist schon was Gutes. Hier ist ein Tempel, hier ist Sand. Nicht schlecht, aber hier. Da kann ich ihn auch schön einrichten. Da oben ist ein Schaf. Ich will mal zu diesen Baum versuchen, ihn abzuhalten. Das ist ein anderer Baum, als sonst sehe ich immer länger. Ich komme sogar diesmal hin. Das ist natürlich so schön. Also, wenn die letzten restlichen Minuten noch dann... Verbringen so ein Baum... Scheiße, was so... Felsen. So abhacken, ja. So abhacken, so. Und, ähm... Soll das mit diesem Fall auch gewesen sein. Wo der Typ ja die ganze rumleckt, ey. Ähm... Und dazu würde ich sagen, ich... Werde... In meinen Videos auch bald so ein Intro reinbringen. Das ist die Folge, es kommt mit der Welt natürlich so... Wie dener und der Bergmann an alle anderen Youtube, wie sie heißen. Sehr gute Youtuber. Ähm... Was ich auf das Intro reinbringen und dann, ähm... Ja... So ein kleiner Prozess vorgeben. Was an dem denn passiert. Wie es an sich das mit anderen ausmachen passiert. Jetzt in dem Fall wäre es so... Der Spieler lag die ganze Zeit. Und jetzt hier schon wieder. Mach nichts. Und er läuft mal weiter. Warte, jetzt geht's wieder, oder? Geht jetzt wieder? Na, kannst du mir mal ausfällig. Na, jetzt geht's hier. Nicht los. Ähm... Ja, wir gehen mal zu meinem... Also wir merken uns einfach da mal, wo der Größbaum ist. Wie ist denn ein Baum? Ne. Okay. Wir merken uns da, wo das Grünzeug wächst. Das ist mehr Grünzeug. Und jetzt Grünzeug hier oben. Was mehr von dem ist. Ach, der weg, ne? Der Baum. Der Baumkorn, der geht weg. Ist das Flammenbund? Und das haben wir da? Was ist das denn? Was soll das sein? Bring doch hoch jetzt. Wie brenne Steine, die so. Rotte. Was ist das denn? Oder das ein Brinder auf Holzbogen schlamm sein? Also brennen tut er jeden Fall, aber... Wie holst du so so ein... Olli! Das ist ab wieder geht's hier. Uh! He, hier in ferne, cool! Olli! Sehr cool. Ihr muss ja auch irgendwo auf... irgendwo jemand wohnen, oder nicht? wie sie jetzt wasser zum baden ja gut dann würde ich jetzt sagen ist jetzt auch bei zeit dabei ablaufen gucken wir noch einmal konnten was wir hier haben welche sich sogar fast ein zweithaus hinbau dann sind deutschen kürzen meinem haus da drüben das wäre ja nicht ein bisschen stabil weil mein haus ist da drüben und die ganze händler da hätten das ist aber ich das auch nicht so gern mit schienen und so wäre ich gerne richtig geil und und dann würde sagen dass ich habe mich jetzt hier auf ein video wir mal zurück zu der laber wo war die denn oder laber mal was gesagt so mal zu regnen ich so ernst jetzt ja ich glaube ja 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 hier werden wir uns im nächsten markt im park 5 muss er das er hat wird in part 6 treten wird er dann hier bei ponys und bei der laber wieder die tippen hier werden wir wollen und bis dahin mit jörgern regnerischen warte und bis dann noch einen schönen tag und den abend immerhin und dann tschüss bis dann